Wenn man sich mit so etwas zeigt, mit positiven Dingen und Zwischenmächlichkeit, dann wäre ich gern dabei gewesen und bin froh, dass ich dabei sein darf. Weil ich finde, dass Küssen etwas total tolles sein kann. Es kann vieles bedeuten, Familie, Freundschaft, Liebe. Man kann seine Eltern, seine Geschwister, seine Kinder küssen, seine Freunde küssen. Es ist ein Liebesbeweis. Man kann sich vertragen mit einem Kuss. Man kann Dinge besiegeln mit einem Kuss. Und es macht auch noch Spaß.